Und jetzt haben wir schnell umgebaut und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich einen internationalen Star bei mir begrüßen darf. Es ist Johnny Hill. Begrüße Sie auch. Schön, dass Sie da sind. Freue mich auch. Johnny Hill hat seine Karriere hier begonnen im ORF-Landestudio Tirol, Tanzmusik auf Bestellung. Dann ist er seine große internationale Karriere geworden. Sie haben 500 Musiktitel produziert. Sie waren Showmaster im deutschen Fernsehen und jetzt haben Sie eine neue CD produziert mit einem ein bisschen nachdenklichen Titel. Der Titel ist natürlich so, dass er leicht verwirrt, weil jeder glaubt, er hört auf. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck des Titels gewesen. Es war die Corona-Zeit und ich habe viel Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, was war, was war gut, was hätte ich besser machen können, was wird übrig bleiben von dem Werk. Ich habe auch 500 Lieder geschrieben für viele, viele andere Künstlerkollegen. Für Didi Hallerforden zum Beispiel. Für Didi Hallerforden, aber auch für Volksmusikanten. Also für viele habe ich für Rude und Vreni und für die Schoadie habe ich geschrieben und so weiter und so fort. Da will ich mich jetzt gar nicht ausbaden, aber es ist viel geschaffen worden. Und da denkt man natürlich danach und da war auch die Zeit dafür. Und ich habe einen Produzenten gefunden, den Thomas Bartl hier aus Tirol, der ein exzellenter Musiker ist. Und wir haben uns die besten Musiker, kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, in dem Genre geholt, nämlich in der Countrymusik, wie ich sie verstehe. In Amerika, in Los Angeles, aus Nashville und tollen Musikern aus Innsbruck. Und da ist ein Album entstanden, das nicht nur das Thema behandelt, sagt, wer vermisst mich, wenn ich gehe, was bleibt übrig oder was war wichtig für mich, sondern es ist auch ein kleines Dankeschön an meine Frau, mit der ich 58 Jahre verheiratet bin. Sie ist eine Tirolerin, eine Höttingerin, ich bin ein Steirer, mich hat sie zum halben Tiroler gemacht, weil meine beiden Söhne auch Tiroler sind. Und da passt das Album ganz genau für die Zeit auch. Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Ihre Frau Gemahlin wird jetzt zuschauen. Richtig. Ich darf ankündigen, Johnny Hill. Der Wind bläst eisig kalt Und draußen liegt schon Schnee Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Ganz langsam wird man alt Auch ich weiß, wo ich stehe Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Sag, wer vermisst mich, wenn ich irgendwann mal gehe? Wenn ich gehe, wenn ich diese wunderbare Welt von oben seh' Schon der Gedanke, er tut so weh Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Mein Leben war sehr bunt Zuhause und auf Tournee Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Bald gehen die Lichter aus Im Lebensvariatee Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Sag, wer vermisst mich, wenn ich irgendwann mal gehe? Sag, wer vermisst mich, wenn ich irgendwann mal gehe? Wenn ich diese wunderbare Welt von oben seh' Schon der Gedanke, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Ich habe nur an dich gedacht, ich habe nur an dich gedacht Gekämpft, 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 bei Tag und Nacht Sag, wer vermisst mich, wenn ich irgendwann mal gehe? Sag, wer vermisst mich, wenn ich irgendwann mal gehe? Schon der Gedanke, wer tut so weh? Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Sag, wer vermisst mich, wenn ich gerne gehe? Untertitelung des ZDF, 2020